Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Dead by Daylight und ja, ihr seht es ja selber, wir haben wieder mal den Doktor ausgepackt und wir werden gleich voll einsteigen. Was sollt ihr immer mal denn? Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo auch noch... Es sind auf jeden Fall mal alle vier da, das ist gut. So, dann machen wir ja schon mal den Generator. Also, innerhalb haben wir schon mal getroffen, das ist ja schon nochmal was. Wer war draußen gestanden, habe ich gesehen. Wer war draußen gestanden, habe ich gesehen. Hahahaha Das ist alles pokisch. Also einer ist abgekaut, habe ich gerade gesehen. Hier, gibt alles Funke, ne? Das ist doch scheiße. frameworks Und jetzt holen müssen sie uns! ja Mensch, Woll, du konntest abhauen! Und schau ihn schon! Nuh, hinn von der Knopp! Ja wohl, sooo wollte ich das sehen. Mich würde es mal interessieren, ob man diese komische Punkte kriegt, wenn die auf dem Boden liegen. Aber ich glaube nicht. Einer ist tot, einer hängt. Du willst? Du willst? Du willst? Ha ha ha, oh no! Ah! He 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 he! Hast du das noch gedacht, du blödige Uhr? Hahaha! Laufen wir den mal weiter hin-ah-her? Hahaha! Was ist das? weiter gelaufen voll erwischt nimm mal den Hage der Hinde der ist am nächsten ich glaub die hatten wir schon vielleicht hab ich das Glück und die verrückt ja 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 Ich glaube, ich laufe nur von rechts. Jetzt hab ich auch noch gesehen. Scheiße! Scheiße! Die da ist zurück. Geht's aber. Hä? Okay. Dann gehen wir durch Spuren hin. Da geht's weiter. Scheiße. Oh mein Herr Schwund, das Ding doch weg. Das ist gar nicht so ein Problem hier. Oh mein Herr Schwund, das Ding doch weg. Das ist gar nicht so ein Problem hier. Da oben im Haus ist jemand. Scheiße, die sind an 25.000 verschiedenen Orten. Das gefällt mir gar nicht. What! aber ich hab's erwischt das gibt's auch gar nicht das ist es 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 a er es 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 Scheiße, ey. So, jetzt reicht's. Geh her, du bist schmarr. Wo ist die Schlampe? Wo willst denn du hin? Du bleibst schön doch. Auch nie, oder? Ich muss noch ein paar Pünze mitnehmen. Ui, 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 ui. Ach, du blöde Sau. Und tschüss. So. Oh. Oh, kurz vorm Ausgang, ey. So eine Scheißerwache. So. Ich hoffe, du verrätst jetzt endlich. Ich lass dich jetzt verrecken. Oh, wen ich kämpfe, du bist los. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das ist das Haus, das ist das Haus, das ist das Haus. Das gibt es nicht, ich habe schon zugeschlagen. Scheiße, die ist erst am Ausgang. Das klingt so natürlich raus, ne, die dumme Suhl. Leute, dann nehmen wir die natürlich die 100 Punkte an und lassen sie hier vor. Ich denke mal, dass die, äh, dahinter Richtung Ausgang läuft. Deshalb laufen wir da jetzt einfach mal querfällt ein und laufen mal hin. Die nehmen auch noch mit. Die 100 nehmen auch noch mit. Alles, Hermit. Ich habe ganz, das Ding gesehen, äh, die Luke. Ich weiß bloß nicht mehr, wo es war. So, da ist er also. Äh, ja, genau so war es. Ja, war noch eine lustige Runde. Wir haben, oh, ja, Wahnsinn. Guter Hall. Guckt euch das an. Das ist doch der Hammer. Wir haben punktemäßig. Ich kriege übrigens doppelte Punkte, wie ich es so gesagt habe. 19.264 Punkte und das doppelt. Na, das hat sich doch wieder gelohnt. Okay, ich freue mich, dass ihr hier zugeguckt habt. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.